Ich stelle euch heute wieder eins meiner absoluten Lieblingsspiele vor, nämlich Lewis & Clark. Und ich nenne euch fünf Gründe, warum ihr euch das Spiel mal näher anschauen solltet. Willkommen bei Better Board Games, ich bin Thomas und heute stelle ich euch wieder eins meiner absoluten Lieblingsspiele vor, nämlich Lewis & Clark von Cedric Charboussy. Erschienen bei Ludo Nautil bzw. Asmodee und jetzt dank des Reprints von Hunter & Krohn auch wieder erhältlich. Ist ein Spiel für ein bis fünf Spieler ab 14 Jahren, mit einer Dauer von etwa 30 Minuten pro Spiele. Und wir begeben uns in diesem Spiel in das 19. Jahrhundert zurück und wir stellen mehr oder weniger die Expedition von Meriwether Lewis und William Clark nach. Die haben Anfang des 19. Jahrhunderts erstmalig den Westen der USA erkundet und das machen wir als Spieler hier auch, allerdings nicht kooperativ, sondern jeder leitet seine eigene Exposition und wir machen eine Art Wettrennen. Wer zuerst am Pazifik ankommt und dort sein Lager aufschlägt, der gewinnt das Spiel. Und ich nenne euch jetzt fünf Gründe, warum ich dieses Spiel so liebe und warum ihr euch das unbedingt mal anschauen solltet. Der erste Grund, warum mir Lewis & Clark so gut gefällt und das war auch der Grund, warum mich das Spiel ursprünglich auch interessiert hat und ich es mir damals gekauft habe, ist das Thema des Spiels. Ich persönlich mag Abenteuerspiele, ich mag Expeditionen ins Unbekannte und das bietet dieses Spiel auch allerdings mit einem historischen Bezug. 1803 hat Napoleon den USA Louisiana verkauft und dann hat der damalige Präsident Thomas Jefferson beschlossen, relativ schnell ein Expeditionsteam zusammenzustellen, um diesen unbekannten Bereich Amerikas zu erkunden. Und so haben Meriwether Lewis und William Clark dann gemeinsam mit ein paar Kollegen sich aufgemacht und haben über zwei Jahre von 1804 bis 1806 den Westen der USA erkundet und sind bis zum Pazifik gefahren mit ihren Booten, haben dort verschiedene Ureinwohner kennengelernt, haben Beziehungen gepflegt, haben die Natur erkundet und ja, haben viele Dinge entdeckt, die damals den Amerikanern noch gar nicht klar waren und die mir auch als Spieler gar nicht klar waren. Also mir war dieser ganze historische Abriss vorher gar nicht bewusst und ich habe mich dann durch das Spiel auch damit beschäftigt, was ich persönlich sehr spannend finde und was ich eben auch sehr schön finde, dass dieses gesamte Thema sich sowohl in den Mechanismen als auch im Artwork und auch in den ganzen Zusatzinformationen in dem Material widerspiegelt. Lewis & Clark ist jetzt aber kein kooperatives Abenteuerspiel, bei dem wir ständig irgendwelche Würfelproben bestehen müssen und uns gegenseitig auf die Mütze geben. Nein, das ist ein ganz klassisches Strategiespiel, ein waschechtes Eurogame mit bekannten Eurogame-Mechanismen wie Worker Placement, Hand Management, Ressourcen Management, Drafting, aber eben halt sehr elegant miteinander verzahnt und verwoben, so wie ich es in anderen Spielen jetzt auch noch gar nicht gesehen habe. Wenn man in dem Spiel dran ist, dann macht man eine von zwei Sachen. Entweder man entsendet seine Worker auf den zentralen Spielplan, das ist so klassisches Worker Placement, da setzt man dann seine Arbeiter auf die Felder und dann bekommt man zum Beispiel verschiedene Ressourcen oder bekommt neue Bootsteile und kann sein Boot upgraden und die setzt man da drauf und dann bekommt man die entsprechenden Sachen und dann ist auch schon der nächste dran. Die andere Möglichkeit, die man hat, ist, dass man Karten aus seiner Hand ausspielt und man hat so einen gewissen Pool an Handkarten. Jeder startet mit sechs, das ist sozusagen die Grundmannschaft, mit der man losfährt und da sind verschiedene Aktionen drauf. Wenn man die aber ausspielt, dann muss man immer noch eine zweite Karte und oder auch noch so Workerfiguren mit draufsetzen, um dieser Karte und dieser Aktion eine gewisse Stärke zu verleihen, denn mit der Stärke macht man dann die entsprechende Aktion. Manchmal beziehen sich die Sachen dann auch auf das, was die anderen Spieler, die um einen rum sitzen, schon in der Auslage haben und das ist schon ein sehr interessanter Mechanismus, weil hier muss man immer überlegen, wie setzt man seine Kartenhand ein, denn die Karten, die man als Verstärkung verwendet, die kann man natürlich dann nicht für die Aktion verwenden und da muss man immer ganz gut miteinander kombinieren, wie man diese Karten einsetzt. Der nächste Punkt ist, dass man eben halt auch sein Deck vergrößert, also es gibt eine Auslage mit verschiedenen Karten, die haben bessere Effekte und teilweise auch bessere Stärke-Modifikatoren und die muss man eben mal sich besorgen, die kosten auch entsprechend Ressourcen und dann kann man die in seinen Deck mit einzirkulieren lassen und dann hat man eben halt bessere Möglichkeiten. So ergibt sich dann mehr oder weniger auch die Strategie. Und das Letzte ist eben dieser Ressourcenmanagement-Aspekt und da ist es wirklich wichtig, welche Ressourcen man sich zu welchem Zeitpunkt holt und wie man die miteinander verwaltet, denn sonst kommt man einfach nicht vom Fleck. Und da sind wir auch schon beim dritten Grund, warum mir dieses Spiel so gut gefällt. Das ist nämlich keine Jagd nach Siegpunkten und wir müssen hier am Ende nicht mit einem großen Block ausrechnen, wer hat in welchem Aspekt wie viele 100 Punkte gemacht, sondern es ist ein Wettrennen. Und das Ziel des Spiels ist ganz klar, wer zuerst sein Lager in Fort Kletzup aufschlägt, der gewinnt das Spiel. Also man sieht auch während des Spiels die ganze Zeit, wo man sich befindet. Ist man jetzt vorne weg, ist man eher hinten dran und hat ein gutes Gefühl dafür, wie man sich schlägt. Und es ist nicht nur irgendwie für die Endbedingungen dieses Spiels interessant, dass es ein Wettrennen ist, sondern auch die ganzen Mechanismen, die ich beschrieben habe, die kumulieren auch alle in diesem Wettrennen-Aspekt. Denn wir müssen unsere Handkarten und unsere Ressourcen und unsere Arbeiter im Laufe einer Runde eben ausgeben, um bestimmte Sachen zu machen. Und immer dann, wenn wir keine Karten mehr haben und nichts mehr machen können, dann machen wir eine Pause, dann schlagen wir unser Lager auf. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir all die Sachen vorher geschickt ausgegeben haben. Denn wir müssen jetzt Handkarten, die wir noch nicht benutzt haben und auch unsere Ressourcen, die wir noch besitzen, die wir in der Runde nicht ausgegeben haben, eben alle auf unseren Booten irgendwo unterbringen. Und dann verlieren wir Zeit. Also unser Kundschafter ist auf dem Fluss immer vorne weg. Das ist unsere Spielfigur, die zieht. Aber unser Lager, das wird immer nur in einer bestimmten Zwischenphase dann eben verschoben. Und wenn wir eben nicht gut gewirtschaftet haben, wenn wir das Ganze ineffizient gemacht haben, dann verlieren wir an der Stelle wieder Schritte und kommen mit unserem Lager. Und darum geht es ja eigentlich nur wenige Schritte voran. Haben wir das aber richtig clever gemacht und richtig gut gemacht, sodass wir eben noch genau die richtige Menge an Ressourcen haben, alle unsere Karten ausgespielt haben und dadurch keine Zeit verlieren, dann können wir unser Lager einen richtigen Schwung weiter nach vorne aufschlagen. Und das ist eine total interessante Mechanik, die ich so in anderen Spielen noch nicht gesehen habe. Denn alle anderen Mechanismen, dieses Worker Placement, dieses Handmanagement, welche Karte kaufe ich mir, die muss man alle immer unter dem Aspekt ziehen, wie arbeiten die Sachen so gut zusammen und wie kann ich in meiner Runde die ersten Aktionen in der Reihenfolge machen, dass ich dann in dem Moment, wo ich das Lager verschiebe, ja, keine großen Strafen bekomme. Das ist spannend. Es gibt Leute, die das ein bisschen frustriert, die dann auch sagen, ja, Lewis in Clark ist das langsamste Wettrennen der Welt, denn man kommt ja irgendwie gar nicht so richtig voran. Und immer wenn man dann mit einem Kundschafter voranschreitet, dann muss man dann beim Lageraufschlagen wieder fünf Felder zurück und man kommt mit dem Lager gar nicht so richtig voran. Aber ich kann euch sagen, wenn man das gut macht, wenn man ein bisschen Erfahrung hat in dem Spiel und das clever löst, dann hat man da richtig coole Erfolgserlebnisse und dann fühlt sich das gar nicht an wie das längste Wettrennen der Welt. Und man muss ja auch bedenken, die Original-Expedition hat ja auch zwei Jahre gedauert, da kann man schon mal zwei Stunden am Spieltisch verbringen. Der vierte Grund, warum ich Lewis in Clark von Anfang an angesprochen hat, ist das Artwork von Vincent Dutre. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsillustratoren und der hat auch bei Lewis in Clark wieder einen richtig guten Job gemacht. Also das geht schon los mit den Illustrationen auf dem Spielbrett. Alles sehr, sehr liebevoll gezeichnet. Da entdeckt man zahlreiche Details und es setzt sich fort auf den Karten. Die sind ja wirklich so das zentrale Element des Spiels und da ist jede Karte individuell gezeichnet. Sind ja auch alles unterschiedliche Charaktere. Dazu kommen natürlich auch noch die Komponenten. Da gefallen mir vor allem diese Pastellfarben, der Spielerfarben. Alles wirklich sehr, sehr schön gemacht und das zieht mich persönlich einfach schon total rein in dieses Entdecker- und Erforscher-Thema. Und der fünfte Grund, warum mir Lewis in Clark so gut gefällt, der schlägt jetzt ein bisschen die Brücke auch zu dem ersten Grund, nämlich wieder zum Thema. Und ich habe ja schon gesagt, dass das Thema durch die Illustrationen und auch durch die Mechanismen wahnsinnig gut zum Leben erweckt wird. Was aber so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne ist, ist der Anhang in der Spielregel. Da findet man zu all den Charakteren, die in dem Spiel vorkommen, also zu allen Liedern, zu allen Startkarten und zu den über 50 Karten, die man im Laufe des Spiels dann theoretisch erwerben kann, einen kleinen Abriss, wo historisch einfach ein bisschen darüber berichtet ist, was sind das für Leute gewesen, was haben diese Charaktere tatsächlich bei dieser eigentlichen Expedition beigetragen. Und man muss sogar auch sagen, dass der Autor versucht hat, wirklich die Effekte, die diese Karten haben, auf die Personen abzustimmen, die diese Karten verkörpern. Also da merkt man wirklich, hier ist nicht das Thema aufgesetzt, sondern hier hat sich jemand überlegt, wie kann ich das Thema Expedition von Lewis in Clark mechanisch umsetzen. Und das sieht man eben bis zum Anhang in der Spielregel, wo über mehrere Seiten wirklich ganz, ganz viel historischer Kontext drinsteckt. Ich habe mir das damals auch alles durchgelesen, weil ich wirklich fasziniert war davon. Und ich muss ehrlich sagen, man kann in diesem Spiel echt noch was lernen über amerikanische Geschichte. Wenn man das nicht möchte, kann man es auch bleiben lassen. Das Spiel ist trotzdem mechanisch toll. Aber wer Lust hat, der kann einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen und der kriegt auch ein bisschen geschichtlichen Bezug noch mitgeliefert. Das waren meine fünf Gründe, warum ich Lewis in Clark so liebe und warum ich finde, dass ihr euch das mal näher anschauen solltet. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Hier auf der Seite findet ihr noch ein paar weitere Empfehlungen von Better Board Games und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann!